Wie ich schon im Videotitel formuliert habe, gehe ich davon aus, dass sich Fresenius verdoppeln wird und zwar in einem Zeitraum von drei Jahren. Wie ich zu dieser Annahme komme, das werde ich heute in diesem Video erklären. Beginnen wir erstmal mit ein paar Kennzahlen von Fresenius. Die Aktie notiert gerade bei 33,99 Euro und die Marktkapitalisierung liegt bei 19 Milliarden Euro. Das KGV liegt gerade bei 11,1, während es historisch gesehen allerdings eher so im Durchschnitt bei 18 gelegen hat. Also historisch gesehen ist hier schon mal eine deutliche Unterbewertung festzustellen. Dasselbe gilt auch für das KUV. Das liegt gerade bei 0,5, während es historisch gesehen eher so bei 0,8 gelegen hat. Hierzu muss man allerdings auch sagen, dass Fresenius durch die ganzen Übernahmen aus der Vergangenheit mittlerweile wirklich sehr hoch verschuldet ist. Fresenius hat eine Nettoverschuldung von rund 24 Milliarden Euro. Das entspricht dem 5,5-fachen EBIT. Also man bräuchte alleine 5,5 Jahre, nur um die Schulden wieder mit den Gewinnen zurückzubezahlen. Das ist schon eine ganze Menge. Ab dem 4-fachen EBIT, da spricht man von einer erhöhten Verschuldung. Da muss man dann immer schon aufpassen. Also die Schuldensituation, die ist hier schon etwas angespannt. Jetzt kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Punkt bei Fresenius, nämlich der Dividende. Fresenius ist Deutschlands einziger Dividendenaristokrat. Von einem Dividendenaristokraten spricht man, wenn ein Unternehmen es schafft, mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende Jahr für Jahr immer und immer wieder zu erhöhen. Fresenius macht das jetzt schon seit 27 Jahren. Sie zahlen eine Dividende im Moment von 88 Cent pro Aktie. Das entspricht momentan einer Dividendenrendite von 2,6%. Das ist ja schon recht ordentlich. Wenn man das jetzt mal mit einem Welt-ETF oder so vergleicht, was man da rausbekommt, da kann man sich bei 2,6% wirklich nicht beschweren. Also für Dividendeninvestoren ist Fresenius eigentlich ein absolutes Muss. Vor allem, weil die Ausschüttungsquote bei gerade mal 27,5% liegt, was absolut gesund ist. Ich würde mal sagen, eine Ausschüttungsquote bis 50% ist gesund. Okay, bei der erhöhten Verschuldung hier, da ist das vielleicht ganz gut, dass man das so in diesem Bereich hält. Aber ich würde die Dividende von Fresenius als absolut gesichert bezeichnen. Natürlich 100%ig sicher ist nichts an der Börse, aber die Fresenius-Dividende, die halte ich doch schon für sehr sicher. Jetzt kommen wir zu den Zielen von Fresenius selber, die sie sich für die nächsten Jahre gesetzt haben. Genauer gesagt bis 2023. Sie wollen ein jährliches organisches Umsatzwachstum zwischen 4-7% haben und ein jährliches organisches Gewinnwachstum zwischen 5 und 9%. Ich denke auch, etwas längerfristiger gesehen kann man sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz mit einem organischen jährlichen Wachstum von 5% rechnen. Das entspricht auch in etwa dem, was die Analysten einschätzen. Und ich halte das auch für absolut realistisch, weil, und jetzt kommen wir zu den Pluspunkten, wir in echt einer sehr guten Branche sind. Erstmal ist diese Branche nämlich absolut nicht zyklisch. Fresenius hat schon in mehreren Krisen bewiesen, dass sie immer, egal wie schlimm die Krise ist, die Gewinne und Umsätze halten und meistens sogar steigern können. Selbst in der Finanzkrise, in der Weltfinanzkrise 2008, 2009, hatte man da überhaupt keine Probleme. Man konnte schön weiter alles steigern, da lief alles wie ein Schnürchen, weil der Mensch hat tausend Wünsche, wenn er gesund ist, aber wenn er nicht gesund ist, dann hat er nur ganz genau einen Wunsch, nämlich wieder gesund zu werden. Deshalb ist die Gesundheit selbst in der allerschlimmsten Wirtschaftskrise immer das Letzte, woran eine Gesellschaft sparen würde. Dass diese Branche so überhaupt nicht zyklisch ist, ist auch ein weiterer Grund, weshalb die Dividende halt eben so sicher ist. Große Gewinneinbrüche sind bei Fresenius extremst unwahrscheinlich. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Gesundheit ist einfach ein Megatrend. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist erstmal der demografische Wandel. Es gibt halt eben immer mehr alte Leute und alte Leute haben halt eben viele Krankheiten und Krankheiten, die müssen halt eben wieder behandelt werden. Der zweite Grund ist der wirtschaftliche Aufstieg der Schwellenländer. Fresenius ist ja auch sehr stark im südamerikanischen Raum unterwegs. Diese Länder, die werden wirtschaftlich immer stärker. Und wenn eine Wirtschaft immer stärker wird, da geht natürlich auch immer mit einher, dass das Gesundheitssystem weiter ausgebaut und verbessert wird. Der dritte Punkt ist, dass es durch den zunehmenden medizinischen Fortschritt immer bessere Behandlungsmöglichkeiten für immer mehr Krankheiten gibt. Die größte Chance kommt jetzt natürlich zum Schluss und das ist die Abspaltungsfantasie. Fresenius hat bei der Bewertung an der Börse den ganz klaren Nachteil, dass sie ein Konglomerat sind und sowas mögen Investoren einfach nicht besonders gerne. Konglomerate haben einen gewissen Abschlag und so auch bei Fresenius. Die Bewertung ist einfach saumäßig günstig und ich bin mir sicher, hier würden sehr große Werte gehoben werden, wenn man zum Beispiel Helios ausgliedern würde, die Sparte Helios, oder wenn man Medical Care komplett verkaufen würde. Da wäre man hier glaube ich bei der Bewertung, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, auf einem ganz, ganz anderen Level. Da hat es auch schon vor ein paar Monaten zu Spekulationen zugegeben. Und auch da hat die Else-Kröner-Stiftung, die hält 27% der Fresenius-Aktien, gesagt, nee, das wollen wir erstmal nicht. Nicht, allerdings stand die Fresenius-Aktie dann auch deutlich höher, bei deutlich über 40 Euro, mittlerweile nur noch bei 34 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Stiftung da mal irgendwann ins Grübeln kommt und sich denkt, okay, vielleicht wäre es hier mal wirklich Zeit, dass Fresenius die gerechte Bewertung bekommt und man den Konzern halt eben aufspaltet. Alleine schon, wenn auch nur ernsthafte und seriöse Spekulationen über eine Aufspaltung zustande kommen würden, gehe ich davon aus, dass die Aktie mindestens 30% steigen würde. Jetzt komme ich zu ein paar Problemen und Risiken von Fresenius. Das erste Problem, was sie durch Corona bekommen haben, war, dass es durch Corona zu einer Übersterblichkeit von Dialyse-Patienten gekommen ist und wenn sie sterben, dann brauchen sie natürlich keine Dialöse mehr. Ein Risiko, das man bei einem Krankenhausbetreiber wie Fresenius natürlich immer hat, sind politische Eingriffe. Ich glaube jedoch, dass Corona hier sogar ganz hilfreich gewesen ist, weil hier hat die Politik ja ganz eindeutig gesehen, dass es absolut kontraproduktiv ist, das Gesundheitssystem kaputt zu sparen und man jetzt wirklich nicht auf den letzten Cent achten sollte. Deshalb glaube ich, könnte Fresenius hier von Corona an der Stelle langfristig gesehen sogar profitiert haben und über politische Eingriffe mache ich mir deshalb keine allzu großen Sorgen bei der Aktie. Ein weiteres Risiko sind natürlich immer bei einer so hohen Verschuldung steigende Zinsen. Wenn die Zinsen jetzt enorm ansteigen würden, dann hätte das für Fresenius auf jeden Fall sehr negative Auswirkungen. Sie hätten einfach eine höhere Zinslast, aber da mache ich mir jetzt eigentlich auch keine Sorgen in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht, dass die Zinsen jetzt wirklich großartig steigen würden, vielleicht mal ein Prozent oder so, aber das würde Fresenius jetzt auch nicht umbringen. Das ganz große Risiko sehe ich woanders, nämlich darin, dass es eine Behandlungsalternative zur Dialyse gibt. Mit der Dialyse, also mit Medical Care, macht Fresenius rund ein Viertel der Gewinne und wenn das wegbricht, das wäre schon echt ein ordentlicher Dämpfer für das Unternehmen und natürlich dementsprechend auch für die Aktie. Es ist nun mal so, dass eine Dialyse für den Menschen die absolute Hölle ist. Das ist wirklich keine schöne Erfahrung, das wünscht man niemandem. Und wenn es da angenehmere Alternativen gibt, dann wird der Mensch die natürlich in Anspruch nehmen und Fresenius Medical Care bricht mal so eben das komplette Geschäftsmodell weg. Im Oktober 2021, also im Oktober diesen Jahres, da ist es zum ersten Mal gelungen, eine Schweineniere in einen Menschen zu transplantieren, also auch erfolgreich. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn das vielleicht irgendwann dann ganz normal wird, dass das mit Schweinenieren geht und man überhaupt keine Dialyse mehr braucht oder meinetwegen mit irgendwelchen anderen Behandlungsmethoden, die angenehmer sind als eine Dialyse, dann wird es ganz schnell eng für Medical Care. Und dafür muss es auch gar nicht so lange brauchen, bis dann jeder wirklich diese neue Behandlungsmethode in Anspruch nimmt und keiner mehr eine Dialyse macht, sondern es reicht schon, wenn die Wissenschaftler übereinstimmt sagen, das ist das nächste große Ding und die Dialyse läuft aus, weil die Börse nimmt ja auch immer vorweg. Das kann durchaus passieren, deshalb würde ich auch auf gar keinen Fall Fresenius Medical Care kaufen, sondern immer die Fresenius Aktie, dass das Risiko einfach viel geringer, dass sowas zum Beispiel passiert. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten zwei, drei, vier Jahren zum ernsthaften Problem wird für die Aktie, die betrachte ich doch als relativ gering. Jetzt komme ich zu meiner Rechnung, mit der ich darauf gekommen bin, dass sich Fresenius innerhalb der nächsten drei Jahre verdoppeln wird. Das ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt für dich, um zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Ich habe erstmal zugrunde gelegt, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass Fresenius innerhalb der nächsten drei Jahre mit 5% pro Jahr im Gewinn wachsen wird. Dazu haben sie noch eine Free Cashflow Rendite von 9%, also 5% plus 9% gleich 14% jährliches Wachstum alleine dadurch. 1,14 hoch 3, also wegen drei Jahre gleich 1,4815, also innerhalb von drei Jahren eine Rendite von 48,15%. Das entspricht einem Aktienkurs von 50,36 Euro, wenn man annimmt, dass die Bewertung die gleiche bleibt. Das glaube ich allerdings nicht. Ich finde das KGV von 11,1 zu gering. Ich denke, die Börse wird innerhalb der nächsten drei Jahre diese Unterbewertung erkennen und Fresenius ein KGV von 15 zugestehen. Und wenn wir mit einem KGV von 15 rechnen, da kommen wir direkt auf ganz andere Zahlen. 50,36 Euro geteilt durch 11,1 für das aktuelle KGV mal 15 für das KGV, mit dem ich rechne, gleich 68,05 Euro. Und das entspricht dann wirklich einer Verdopplung, ziemlich genau sogar. 100% Rendite oder anders gesagt 26% durchschnittlich pro Jahr. Damit kalkuliere ich. Ich halte das für absolut realistisch und auch nicht für zu hoch gegriffen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von meiner Rechnung hältst oder generell von der Firma. Welche Chancen, welche Risiken du siehst. Unbedingt abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen und natürlich auch liken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.